Das wollen wir jetzt mal genauer wissen. Ich begrüße den Sprecher für Netzpolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag. Guten Abend, Konstantin von Notz. Guten Abend nach Bonn. Haben sich die Grünen denn nun wirklich nicht vielleicht doch auch von Post direkt Adressen besorgt und damit gezielt Wahlkampf zu machen? Nein, die Partei hat gesagt, dass sie das nicht getan hat. Und ich glaube, der Punkt ist wirklich, dass heutzutage in dieser digitalisierten Welt ganz neue Möglichkeiten auch der Manipulation von Wahlen möglich ist. Das sieht man vielleicht an dem Beispiel Post, aber ganz sicher an dem Beispiel Cambridge Analytica und Facebook. Und deswegen brauchen wir eine Diskussion genau über diese Abgründe und Möglichkeiten und mehr Transparenz. Bleiben wir aber nochmal bei der Post. Da geht es ja um anonymisierte Daten. Das ist ja anders als bei Facebook, wo es ganz konkret auch um Personen geht. Trotzdem, wir Bürger wissen ja gar nichts davon, dass unsere auch vielleicht anonymisierten Daten aber immerhin dann doch bei der Politik landen. Also, und Sie sind ja offenbar auch gelandet hier und da bei der CDU etwa. Wie bewerten Sie das? Ja, ich glaube schon, dass das ein Problem ist, wenn die Leute das Gefühl haben, die Kontrolle über ihre Daten zu verlieren. Die Grünen haben seit vielen, vielen Jahren den Spruch, meine Daten gehören mir. Das ist sozusagen, ob das juristisch so stimmt, weiß ich nicht genau, aber die Menschen müssen das Gefühl haben, dass ihre persönlichen Daten, ihre personenbeziehbaren Daten, dass sie in Kontrolle darüber sind. Und das muss man sich jetzt rechtlich genau angucken. Ich glaube, dass es da Graubereiche gibt. Und wir fordern seit langem, dass man das klärt, dass eben die Menschen tatsächlich die Hoheit über ihre Daten haben. Und gerade wenn es in diesem Bereich von Wahlen und Demokratie geht, dann sind die Missbrauchsmöglichkeiten eben hoch. Und da müssen die Gesetze die Menschen in ihrer Privatsphäre schützen. Die Datenschutzbehörde in Nordrhein-Westfalen prüft ja gerade diesen Vorhandel, diesen Handel, möglichen Handel mit den Adressdaten durch die Deutsche Post-Tochter. Was wissen Sie darüber? Stimmt das jetzt nun? Also ist damit gehandelt worden? Haben die politischen Parteien damit oder einige davon gehandelt oder nicht? Ja gut, ich bin nicht die Deutsche Post. Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich glaube, das muss jetzt sachgerecht aufgeklärt werden. Wir haben schon ganz lange die Frage aufgeworfen, was eigentlich bei der Bundestagswahl genau passiert ist. Wenn man jetzt in die USA guckt, es gibt sehr harte, sehr konkrete Vorwürfe der Manipulation. Wenn man sich die Brexit-Entscheidung anguckt, auch da gibt es Manipulationsvorwürfe. Und deutsche Sicherheitsbehörden, Nachrichtendienste haben vor der Bundestagswahl explizit vor Manipulationsversuchen gewarnt. Wir haben jetzt mehrfach bei der Bundesregierung nachgefragt, ob es denn konkrete Vorgänge gegeben hätte. Das wurde bisher ziemlich lapidar verneint. Und deswegen fordern wir genau in diesem Zusammenhang tatsächlich Offenlegung der Erkenntnisse der Bundesregierung. Hat es illegitime Einflussversuche gegeben? Wie genau ist sozusagen mit Daten umgegangen worden der Bürgerinnen und Bürger? Und dass da jetzt auch die Post aufklären muss und dass man sich die Gesetzeslage angucken muss und schauen muss, ob das wirklich gesetzeskonform gelaufen ist. Das ist ein ganz normales Verfahren. Das ist ein komplexes Thema. Da geht es, Sie haben es angesprochen, auch um Manipulation von außen. Aber bleiben wir noch mal einen Moment bei den politischen Parteien. Inwieweit nutzen die denn Daten aus dem Internet? Jetzt mal unabhängig von der Post und dem, was da gerade im Moment im Gespräch ist. Aber nutzen die politischen Parteien, nutzen die Grünen in irgendeiner Form Daten der Bürger aus dem Internet? Also die Daten, die bei Wahlen grundsätzlich gesetzlich zugänglich sind, sind häufig die der Erstwählerinnen und Erstwähler. Das machen die kommunalen Behörden, sagen sozusagen, wer das erste Mal wählen darf. Man sagt in der rechtlichen Abwägung, das ist völlig legal, in der rechtlichen Abwägung sagt man, das erfüllt einen Mehrwert, weil eben Menschen dazu motiviert werden, zu Wahlen tatsächlich auch zu gehen. Das entscheidet jede einzelne Gemeinde dann je nach Antragslage. Und wenn jemand nicht will, dass diese Daten rausgehen, dann kann er bei der Behörde hinterlegen, dass er nicht will, dass diese Daten rausgegeben werden. Aber das sozusagen ist der Fall, um Erstwählerinnen und Erstwähler zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Denn ansonsten muss es so sein, dass die Daten, die ich bei Facebook einstelle, die ich bei Google mit meinen Google-Suchen erzeuge, die ich durch mein Mobiltelefon an Bewegungsdaten erzeuge, dass diese Daten meine Privatsphäre sind und dass niemand hinter meinem Rücken Zugriff auf solche Daten hat. Sagt Konstantin von Notz, netzpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Vielen Dank. Einen schönen Abend.